Musik Und damit hohoho und herzlich willkommen zum Adventskalender hier bei LP Daniel. Ja, wie ihr vielleicht wisst, geht die Weihnachtszeit wieder los. Diesen Sonntag ist der erste Advent und demnächst ist dann auch der erste Dezember. Und was gehört unbedingt zum Dezember dazu? Ein Adventskalender. Und den findet ihr jetzt hier bei LP Daniel. Ich bin Chrissy und wie immer geht's los. Ja, und zwar gibt es in einem Adventskalender Geschenke. Das ist logisch. Und so könnt ihr auch hier etwas gewinnen. Der erste Platz gewinnt eine 10 Euro PaySafe Card. Wird für drei Monate auf unserer Liste der Feature Channels angezeigt. Er kriegt auf jeden Fall ein Abo und falls er Videos hat, liken wir alle diese. Der zweite Platz bekommt auch für drei Monate einen Slot in unseren Feature Channels. Ja, auch er kriegt alle Videos geliked, wenn er Videos hat. Und auch er erhält auf jeden Fall ein Abo. Die Plätze drei bis fünf erhalten auf jeden Fall die Likes und ein Abo. Ja, und zwar jetzt erstmal zum System. Hier wird ab dem 1. Dezember auf diesem Kanal jeden Tag ein Video erscheinen. Wie es halt in einem Adventskalender so üblich ist. Jeden Tag quasi ein Türchen. Ja, und in jedem dieser Videos wird eine kleine Frage oder auch eine Quizfrage oder eine Meinungsumfrage. oder ähnliche Sachen sein. Die müsst ihr dann beantworten. Und im Lostopf ist dabei, wer bis zum 26.12. unter 24 Videos, halt unter allen 24 Videos dabei war. Also, außerdem muss er noch LP Daniel abonniert haben und alle diese 24 Videos liken. Und eben die Antwort der Frage in die Kommentare schreiben. Ja, die Auslosung findet allerdings nur statt, wenn mindestens zehn Leute hier mitgemacht haben. Also wirklich zehn Leute, die man in den Lostopf setzen kann. Weil sonst wäre es ein bisschen blöd, wenn es bis zum dritten und fünften Platz halt noch die Preise gäbe. Ja, der Gewinner wird am Ende ausgelost. Ja, gut. Ähm, ich weiß, der Sieg sollte für viele oder die 10 Euro Passive Karte ein Anreiz sein. Aber es ist Weihnachtszeit, Zeit der Brüderlichkeit. Mir geht es auch vor allen Dingen um den Spaß, dass die 10 Euro Passive Karte ist ein kleiner Anreiz. Damit hier auch ein paar mitmachen. Und natürlich ist das nicht zu leugnen, dass dieses Ding auch unseren Kanal vergrößern wird, wenn es gut geht und zehn Leute mitmachen. Und da sollte man auch etwas Kleines gewinnen können, dachte ich mir. Eine 10 Euro Passive Karte ist ja jetzt nicht viel. Aber wie gesagt, sagt euren Freunden Bescheid. Du da bei LP Daniel. Auf dem Kanal ist ein Gewinnspiel. Ich wette, jeder von euch hat zehn Leute, denen er da Bescheid sagen könnte. Zumindest fünf. Und dann alle, die das machen, kriegen es halt mit. Ähm, jo. Das ist eigentlich alles, was es zu sagen gibt. Ähm, ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Dann am Montag, dem 1. Dezember geht es los. In der Beschreibung sind nochmal alle Infos verlinkt. Und dann, ich hoffe wir sehen uns. Ciao. Ciao. Ciao.